Also ich finde halt immer den Anfang schwierig, wenn man Freunde finden will. Die ist eben nett, mit der habe ich noch nie gestritten bisher. Bei mir ist es immer so, dass wenn ich nicht mit einem Freund streite und dann am nächsten Tag in der Schule sein, geht es dann wieder gut. Das nehmen wir dann immer wieder Freunde. Zum Beispiel, wenn ich jetzt lüge und das die Mama herausfindet, dann glaubt die mir halt nicht mehr so viel. Schwindeln finde ich nicht so gut, aber wenn man muss, muss man halt. So richtig ungerecht sein, das ist, wenn man was verspricht, aber man hört es nicht. Das ist ungerecht, weil der, weil dem, wo man es verspricht, der vertraut sich dann drauf. Manchmal passiert es, manchmal kann man was dafür tun. Bei mir war es so, dass man die, die ich gerade am meisten nicht mag, am meisten Glück haben. Liebe ist, wenn sich zwei mögen und die haben sich dann halt ganz gern. Also, liebhaben kann man viel, aber verliebt sein kann man nur in einen. Und dann haben sie sich immer so eklig geküsst, Lippen über Lippen. Gitz. Also, man kann einen ganz fest lieben und den anderen vielleicht nur ein bisschen oder ein Freund sein, finde ich. Weil es gibt nur eine richtige Liebe. Also, man kann man, wie ich mir. Bis zum nächsten Mal.